Nass klebt die Fahne der Agentur für Arbeit in Memmingen an der Fahnenstange. Doch die schlechten Retteraussichten haben den Arbeitsmarkt ganz und gar nicht beeinflusst. Bei der heimischen Wirtschaft sind die Auftragsbücher erfreulicherweise voll gefüllt. Wir haben auch deutlich weniger Kurzarbeit und wir haben ein erhebliches Plus an offenen Stellen. Alles das zusammengenommen sind positive Signale für den Arbeitsmarkt, sodass wir also optimistisch in die nächsten Monate schauen können. Die Auftragsbücher gefüllt und in Sachen Kurzarbeit gibt es in den industriell geprägten Gebieten Memmingen und Unterallgäu auch eine positive Entwicklung. Auch im Monat Mai war die Kurzarbeit das stabilisierende Element auf dem Arbeitsmarkt. Allerdings muss man sagen, dass der Höhepunkt bei der Kurzarbeit bereits überschritten ist. Das heißt, viele Firmen haben die Kurzarbeit zurückgefahren oder auch komplett ausgesetzt. Wir können das auch an den Zahlen dokumentieren. Im Dezember hatten wir noch für 12.400 Personen, zahlten wir noch Kurzarbeitergeld. Im März waren es bereits nur noch 8.700 Personen, wo die Arbeitsagentur Kurzarbeitergeld zahlte. In Memmingen sind diesen Monat 245 Menschen weniger ohne Beschäftigung als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote beträgt dort aktuell 3,5 Prozent, im Unterallgäu sogar nur 2,7 Prozent. Im Bereich der Arbeitsagentur Kempten, die für den Rest des Allgäus zuständig ist, ist die Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Vormonat auch um 0,4 Prozent gesunken. Die aktuelle Arbeitslosenquote liegt hier bei 4,1 Prozent. Insgesamt entsprechen die Zahlen im Allgäu der allgemeinen Entwicklung. Die Arbeitslosenquote in Bayern ist um 0,4 Prozent gesunken. Insgesamt also nicht ganz so trübe Aussichten am Arbeitsmarkt, wie derzeit die Wetterlage vermuten ließe.